Willkommen, ich bin Eva, die Gründerin von Psychedelic Breath. In den letzten dreieinhalb Jahren, in denen ich sieben Psychedelic Breath Ausbildungen, Teacher Trainings unterrichtet habe, wurden wir so oft gefragt, gibt es auch eine Ausbildung an Teacher Training auf Deutsch? Wir haben zugehört und jetzt wird es wahr. Diesen September und Oktober eröffnen wir das erste Psychedelic Breath Teacher Training in deutscher Sprache, direkt in der Heimat von Psychedelic Breath in Berlin. Und ich möchte euch mitnehmen in die Art und Weise, wie ich ausbilde, in die verschiedenen Module in diesem Teacher Training, in all dem, was wir dort hineingepackt haben, um euch eine Reise zu ermöglichen, die fachlich sehr klar und visiert ist und gleichzeitig ganz viel persönliches Wachstum mit sich bringt. Wir starten mit dem, was wir Fundamentals-Wochenende nennen. Das ist ein Live-Online-Wochenende, wo wir ganz tief in die Psychologie, Philosophie, Physiologie, Anatomie und Neurowissenschaft von Atem, Breathwork und Psychedelic Breath eintauchen. In diesem ersten Wochenende werdet ihr aber direkt schon eine erste kleine Teaching Sequenz unterrichten, die ihr dann mitnehmt in die Zeit zwischen diesem Wochenende und der Trainingswoche, nicht dem Wochenende, im Oktober in Berlin. In dieser Zeit dazwischen arbeitet ihr und praktiziert ihr mit eurem Buddy und euren Mentoren, das sind erfahrene Psychedelic Breath Lehrer, an dieser Sequenz. Das heißt, ihr übt zu unterrichten. Im Oktober treffen wir uns dann in Berlin und in dieser Woche werdet ihr Lehrer und Lehrerinnen. Wir tauchen ein in die Didaktik von Psychedelic Breath, in die Sequenzierung, in die Choreografie, in die Art und Weise, wie wir, ganz wichtig, elektronische Musik da hineinweben, wie ihr Künstlerkooperationen anstoßt, wie ihr mit DJs arbeitet, wie ihr aber auch selber Musik dort hineinbringt. Wir haben als Besonderheit, das ist ein In-Person-Training, haben wir Expertinnen bei uns, die euch im Bereich Mission, Vision mit Psychedelic Breath im Coaching unterstützen. Wir haben Heiler dabei, die euch helfen einzutauchen und zu verstehen, wie mache ich denn Business damit, was ist meine Art, auch mein Human Design, das zu tun. Wir arbeiten mit einer Essential Oil Expertin, die uns zeigen wird, wie wir Essential Oils in der Praxis von Psychedelic Breath anwenden und wir tauchen ein in üben, 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 bevor, bekass, das ist immer der Punkt, bevor ihr als Lehrer und Lehrerinnen dasteht, braucht es ein Selbstverständnis in euch, ein Verständnis, was eure Stimme da drin ist, ein Verständnis, wie ihr in dieser Praxis steht und wie ihr sie teilt. Das alles passiert in der Trainingswoche und danach geht ihr raus und übt sechs Praxisklassen, die ihr für euch kreiert, aufbaut und unterrichtet und dann abschließend treffen wir uns in einem 101 Coaching Call mit mir, wo wir das ganze Feintunen auf euch zuschneiden und auch gucken, wie ihr damit weitergeht und dann ist die Zertifizierung da. Wenn ihr jetzt merkt, wow, das macht was und das fängt an zu pochen hinter dem Brustbein, dann ist es eigentlich ganz einfach. Es gibt einen Bewerbungsprozess. Hier auf der Seite oder auf der Webseite findet ihr ein Bewerbungsformular, das führt ihr aus, sodass ich so ein bisschen Gefühl für euch bekomme und dann treffen wir uns in einem Call, in einem 101 Call mit mir und sprechen alle Fragen an, die ihr habt, gucken aber auch, ist es ein Fit, macht das jetzt gerade Sinn für euch, da hinein zu gehen und dann geht's los. Freue mich auf euch. Freue mich auf euch. Vielen Dank.